Der erste Mal 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 Schau sie dir an! Haben sich vor Angst eingeschissen! Was kann da, alter Scheiße? Hey! Guck mal, die Berliner Mauer. Wir machen einen Ausflug in die DDR und von da in die BRD. Wir fahren in die BRD und kommen erst wieder, wenn wir das Kaffee kaufen können. Das Spiel ist erst dann zu Ende, wenn du aufgibst. Dieses Mal werde ich nicht aufgeben. Can you feel me? Can you hear me? Don't leave me alone! Ah, das ist leider! Das ist leider! Das ist leider! Ah! Ah! Aber wenn du zu stark rüttelst, erkennt das der Automat und blockiert. Und das ist zählt. Game over. quasi für einen Arsch. Justly